Nachhaltigkeit bezieht auf den ganzen Betrieb, das heisst, es fährt in einer Rebe an und zieht die Schränke durch bis zum Keller. Der Vorteil an der Nachhaltigkeit der Konsument ist, dass er merkt, dass der Wein mit vollem Herzflöte gemacht wurde. Die Umwelt ist nicht gross belastet worden, dadurch man versucht, der Natur etwas zurückzugeben. Man versucht, biologische Dünger zu prüfen. Der Konsument will natürlich, dass er mit gutem Gewissen in einen Wein treiben kann. Die Wiesanschaf sind sehr gut für die Arbeit im Rebberg, weil es die kleinsten Schafe der Welt sind. Dadurch passen sie sehr gut an den Reben durch. Sie können überall das Gras fressen, das noch etwas hat, dünnen den Boden sehr gut und die haben mit ihren kompakten Klauen auch den Boden gut zu verdichten. Das Alkische ist sehr gut geeignet, weil es viele südexponierte Lagen hat, dadurch haben die Reben viele Sonnenstunden. Es hat sehr kalkhalteren Boden, was die Reben sehr gerne haben. Dadurch gibt es auch hochqualitativen Wein und generell im Naturpark ist Reppbau und die Natur ist hier sehr naheinander dran. Untertitelung des ZDF, 2020